Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sailor Wars. Wir sind das letzte Mal hier nach dem Kampf gegen Jimmy von den Rock, Rock, irgendwas stehen geblieben, im sechsten Gym. Damn dude, you totally blacked me out. Oh, for the ticket. Try asking that Tabo Dave the drummer. Wir müssen jetzt echt gegen das komplette Tier, äh, gegen die komplette Band kämpfen, oder? I can't hear ya, the music's too loud. What did a Pokémon badly say? Yeah, why not? Okay, cool. Your Challenge by Drummer Dave. Oh, hallo Krakelo. Du bist wahrscheinlich inzwischen ein Dingens-Typ, ne? Ein Sound-Typ. Das würde mich wundern, wenn nicht, und das würde mich sehr abfacken, wenn nicht. Das heißt, wehe, du bist kein Sound-Typ. Auf jeden Fall wurdest du gewoneshotted. So, jetzt kommt wieder Bremand. Yes, einmal changen. Auf Fly gone. Be gone. So. Oh, das ist ein Hund. Das ist süß. Drachenklaue und zack, zack. Weg mit dir. So, Level 46 für die Beldra, Harrow bis Level 51, und damit haben wir den besiegt. Hey, can you hear me? I'm off the beat. Oh, du-du-du-du. You sure are strong, kid? Oh, so you were asking me for a ticket before? I don't have it, but I'm sure Freddy, that our frontman can give you one. So, ich werde jetzt aber einmal die Beldra wieder an den Anfang packen. Erstmal ist es unser schwächstes Pokémon. Zweitens Mal Drachen-Pokémon gegen Sound. Hi, Pelion City! Are you outstanding audience? Let me hear you a big welcome to the Rock'n'Roller! Hey, can you see I were busy now? Get off the stage, autographs later. Oh, I got it. You need the ticket before the next level. Well, you're pretty lucky I have one here. But I'm trying to give it to you only if you're... Well, I'm going to give it to you only if you will rock this Pokémon battle. You're challenged by Frontman Freddy! Uh, Bandeon! Hm, das Sound-Type Eboli, das sieht so cool aus, finde ich. Zack, zack. Oh, tschüss. The foe's Bandeon fainted. Jawohl. The rest of your team gained XP-Points. Ja. Und auch wieder ein Bremand. Uh, ein Vogel. Der sieht cool aus. Und it's gone. Also es ist ein Esel, ein Hund, ein Vogel und ein komischer Hase, I guess? What an exciting show! Style and intelligence! Inter... 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 In an authentic show! Here's the ticket you've been looking for! Yeah, wir haben das Dance-Ticket bekommen! Äh, shadow... Get off the stage now! The show must go on! So. Dann gehen wir hier nochmal raus. Wahrscheinlich hätten wir auch einfach R drücken können für die Security. Okay. Dance-Room! So. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich Breakdance. you're doing great shadow i see you have rhythm in your blood this is the dance room chuck full of breakers and dance and dance experts are you a good dancer by the way the hint as usual is hidden in wallace daddy's instagram page hey i'm the king of the dance floor here okay instant battle alles klar you are challenged by hip-hop by hip-hop sean allo farbeagle machen wir mal eine dragon tower zack zack insta date so oh froombug ich bleib drin au sehr schön die belldra fängt jetzt auch an mit one shots das normale mute ist 51 auch 51 für zwei noble roar was bitte ist noble roar letting out a noble roar the user intimidates the target and loses its oh ne ja hören wir mal auf brauchen wir nicht so ich hab zwar nicht gesehen was es jetzt als nächstes reinbringt aber ah kakelo oh mach ne dragon claw so das ist feinted sehr schön ich habe jetzt nicht geguckt was die gesagt hat da hab ich zu schnell gedrückt ja challenged bei hip-hop maya äh mia maya mia 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 mir ich glaube mir oh hallo knuddelluf äh äh earthquake bam chat tut chat tut was ist bitte chat tut aaaah plauder guy macht sinn plauder chat macht sinn so so is it too late to go back and choose choose to dance instead uh nee okay so first step up then repeat now let's sway the beat so you are challenged by breaker kate oh tschuldigung oh ein schlappohr hallo schlappohr earthquake und tschüss das war schnell tot jetzt so oh das war der ganze Kampf okay cool tschuldigung 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 There's nothing in the trash. Ah! There's something in the trash. What do you want? Wanna dance? Alright, let's hit the dance floor then. You are challenged by Hip Hop Rika. Rock Tump. So, Cricketune fainted. Sehr schön. Level 48 für Flygon. Und damit haben wir auch dich besiegt. Please teach me those steps. I'm ready to give you this one. Check it out. It's a pic of Wallace Daddy hitting the dance floor. There's an autograph too. Okay. Runter. Zwei nach links. Ein Hochling. So, we got a deal. Fuck. Ich glaub so war das. Warte. Jawoll. Hey, kid. You were terrific. Come here at the DJ booth. Come on. Man, that was cool. Those dance steps were totally insane. Let's see if you're worth going up to the gold studio. Ah, na endlich. You are changed by DJ K. Äh, DJ Jade. Hallo Brimant. Wir haben doch ewig schon gekämpft. Mich kommt an den Boden gestampft. And it's gone. Bye. Hiiii. So, noch ein Krakelo. Wir stehen hier sehr auf Krakelos. Gut, macht Sinn. Aber trotzdem. Warum kein Krawums? Ich glaub auf dem Level könnten sie sogar schon Krawums sein. Ich weiß grad echt nicht auf welchem Level sich Krakelo entwickelt. Is there something you're not good at? Here's your ticket to get to daddy. Nice. Das heißt, wir kommen jetzt an wo wir die ganze Zeit schon waren. So. Golden Studio. Oh, someone managed to get up here. Incredible. Mr. Daddy is just ahead. But before you reach him, I want you to answer a simple question. What is the title of his first album that was certified as a golden record? Uh, that's trilogy? Nice. Correct. You really are a long time fan. And now, let's talk about us. If you want to pass through. Here, you'll have to get through my honor as a manager. Hey. Der hat ein Duckface. Your challenge by manager Sebastian. Sebastian Stan. Oh my god. You're looking good. Look at this man. Man, he is killing all the ladies. He, he, he. So. Damit haben wir jetzt auch mit, mit Libertra schon fast aufgeholt zum anderen, äh, zum restlichen Team. Woodly Tuff. Hallo, Knuddeluff. Oh, stimmt ja. Das sind viele Pokémon. Ich bin dumm. So, Earthbreak. Lass uns trotzdem gut Schaden machen. Flup. Und der Mensch bei Recall. Und noch ein Crunch hinterher. Und dann bin ich tot. Jawoll. Sehr schön. Äh, der wird 52 für Harrog. Uh, Hurricane. Ach. Okay. Kahn. Äh. Was ist denn das? Spezial. Mach mal Akrobatik. So. Cricketune. Das ist wieder Zerpeise. Jetzt kriegt ein Rock, äh, jetzt kriegt eine Rocktump ab und fertig. Blup. Oh. Okay. Das ist ein bisschen stärker als die anderen. Käferbiss. So. Rv49 für Libedra. You are a real talent. You prove to me that you, uh, you are worthy, uh, you are a worthy, uh, you are a worthy opponent. And I'm sure Mr. Daddy will think so as well. But you have to be in full health to face him. So let me hear your Pokémon. Oh, das ist nett. Dankeschön. Sonst werde ich jetzt nochmal aufs Dach raufgerannt. There's nothing here. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich mein, das ist ein sehr schönes Detail hier mit den, mit den, mit den Schatten und so. Noch cooler wär's, wenn unser Schatten hat diese, diese dunkle Version, diese Sene-Version von uns wäre. Aber trotzdem. Warum? Ist das ekelhaft, bitte. Mein Gott. So, Libedra ist ganz vorne. Oh yeah. You are a tough one, aren't you? I thought I hit the clues to get up here better, but, uh, but you got me. Haha. You went from rags to riches, but I'm sorry, buddy. You went straight to the lion's gold fangs. Uh, uh, all in one bite. This, uh, in this urban jungle there, yeah, can only be one. Wahrscheinlich. But first, let me put a powerful beat. I wanna be all fired up for this battle. Come on. I'll say my fangs dearly. You are challenged by Gym Leader Wallace Daddy. In diesem Fall kann man auch ausreden, dass jetzt gerade eben wirklich diese müßig läuft. So, Earthquake. Bis heute ordentlich Schaden gegen Ambrog machen, jawoll. After all! Drackenclamp. So, Ooh, Hafnia? Das ist doch ein Drachen-Pokemon. The Efrenclaw. Nein, Drachen Emperor. Eeeiii! Drachen-Puls! Ich hätte Mylimute rausholen sollen. Wäre schlauer gewesen. Ich meine das hier hätte jetzt gekillt, aber trotzdem wäre schlauer gewesen. Ähm, Mylimute raus zu holen. Eeeh. Ganz bald. So, meine Mütze ist jetzt 11.42. Ach, das ist dieses Auto. Machen wir mal in Earthquake. Au! Okay, cool. Machen wir halt jetzt weiter mit Harrow. So, Spark. Und der Critical Hit auch noch. Sehr schön. So, machen wir mal als nächstes. Pyroar. Ist das, ist das Pyroleo? Ja, das ist Pyroleo. Na, bist du jetzt vielleicht ein Feuer-Sound-Type? Ah, doch, bist du. Nice. Das ist cool. Ich meine, Feuer-Normal war vorher schon ein interessantes Dings, aber halt ein interessantes Pairing, aber war halt durch den Normal-Typ ein bisschen langweilig dann irgendwo. So, und wir sind schneller als das Vieh. So, okay, sehr schön. Das läuft doch schon mal ganz gut. Was kommt als nächstes? Trishout ist Level 52. Slurpath. Haben wir doch irgendwas anderes mit Bodenattacken? Nee. Dann machen wir doch erstmal Trishout? Nee. Doch, komm, Trishout. Was soll's. So, hallo, Slurpath. So, Trishout, du wirst jetzt erstmal deine erste Attacke nutzen, um für alle Fälle die Beldra wieder zu beleben. Weil wir können die Beldra's, äh, Erdbeben sehr gut gebrauchen. Äh, genau. So, sehr schön. Wenn du schaukst. Also Gift-Schauk. Äh, Boom Burst. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Äh, übertrank. Ja, ja. Diese komische Black Sludge. Noch ein Boom Burst und das fies Tod. Jawoll. So, Slurper fainted. So. Oh, boy. You hit it harder with that Bastrom-Snare. Jawoll, und damit haben wir den Beat-Badge. Oh, boy. How can you be this strong? Ah, whatevs. You nailed me good, fella. Last time I was beaten this much, was when the older geezer was still nagging me. But this is the kind of beating that made me strong, turning me into who I am now. If I hadn't smacked my head on that wall so much, I don't know where I'll be now. Shadow, if you have a dream, make it your sun, your purpose in life. Even when everything seems to fall apart, keep going and see the day like you're seething this badge. Nice, dankeschön. Damit haben wir jetzt sechs Orden, Leute. Nur noch zwei übrig. See the ice. My beat-Badge is a nice piece of gold. And it's all yours now. I promised you an autograph as well. But after... Hm, scheiße. But after what you did for my town, it wouldn't be enough. I want you to have this. Shadow obtain TM21. Nice. Was ist das? Ah, das wird Subwoofer sein wahrscheinlich, oder? This TM contains my favorite move, Subwoofer. Any Pokémon who uses this move will scream, showing the foes who is the boss and making them flinch. Cool, huh? I'm sure though, a trainer like you will make the best of it, Shadow. I swear I'm done with the chitchat. See you next time, buddy. I may have a special invite for the release party of my next racket. Okay, da werden wir doch mal direkt gucken, ob Subwoofer vielleicht besser ist als Primal Scream. Das könnte durchaus sein, weil wenn es halt flinchen kann, also Boom Burst werden wir halt auf jeden Fall nicht vergessen lassen, aber Primal Scream vielleicht. Es ist nur 10 schwächer, aber es ist halt... Ah, es ist physisch. Dann nein. Dann verschwinden wir hier mal wieder aus der Arena und können uns dann langsam zum siebten Orden ausmachen. Viel Platz auf der Map ist ja nicht mehr übrig eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, weil hier oben waren wir ja schon überall, meine ich sogar. Oder? Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Ah, das wird dann wahrscheinlich die Liga sein, oder? Das kann sein, dass das beides hier die Liga und die Siegestraße ist. Weil hier waren wir ja schon, das ist der Mount Starburst und... Ne, hier oben waren wir auch noch nicht. Okay. Da ist tatsächlich noch ziemlich viel von der Map offen. Weil ich glaube, hier war der erste Orden. Kann sein. Ich weiß es gerade nicht. Und dann Neutron City, genau, das war der zweite. Dann hier war der dritte in Selagio Town. Nee, Milky Way City war der dritte. Dann kam hier der vierte in Ishtar. Und dann kam schon Westar City. Und jetzt sind wir hier in Hyperion. Okay. Also, tatsächlich haben wir noch einiges von der Map vor uns. So, which floor are we going to? Ground floor, bitte. Aber gut, der heiße Teil der Story kommt ja jetzt dann erst. Normalerweise so nach dem sechsten Orden. Aber es ist selten, dass wir mal keinen nächsten Story-Abschnitt direkt bekommen nach dem Orden. So wie die letzten drei Orden oder so. Nein, unsere nächste Aufgabe ist es wirklich einfach nur, zur nächsten Stadt zu gehen und die nächste Arena zu bekämpfen. Dann machen wir das doch direkt einmal. Samuel Oak Airport. Ah, soviel zur Story. Hi there, Shadow. Well, are you still in town? I would have really liked to see Wallace Daddy's concert. But I had a lot to do for Aster and I missed it. What about you? Well, das Konzert war jetzt nicht so geil. You managed to see him live and get his badge? Wow! I didn't know you were a fan of his, but your victory doesn't surprise me anymore. I also became stronger since the last time, you know? Come on, I want to show you my progress. Okay, let's go. Oh, du hast tatsächlich mehr Pokémon. Ja, Challenge bei Trainer Alice. So, gegen den Harrog haben wir hier doch einen schönen Rocks... äh, äh, ein schönes... ein schönes... äh, Felsgrab. So, das hat deine Geschwindigkeit auch wieder gedrosselt, ein bisschen. Durch die Flinkklaue konnten wir nochmal angreifen, ohne dass du uns Schaden zufügst. Danke, Harrog. So, Flygon ist Level 50. Harrog ist Level 53. Jetzt kommt ihr Pikachu. Fee war schwach gegen... äh, Sound. Und... setzen wir doch direkt einmal Tryshout ein. Das macht einen Boomburst gegen ihr Pikachu und das ist dann weg. Sehr schön. Oh, ein Evoli. Kumpfer. So, Force Prime. Das ist gerade eben irgendwie ein bisschen zu einfach. So, Hysteric. Ah, das war dieses Crybaby von dem... äh, von dem Manager. Das ist, glaube ich, ein Sound-Pokémon. Da gibt es hier eine Drachen-Attacke für dich. Ja, sie hat uns nicht einmal angegriffen. Well... You're on... You're one step ahead, as always. So. Wow. You sure... Don't hold back. I'm just kidding. Come on. You know, I always enjoy seeing you and fighting you. I really have to go, though. See you. So. Around the world, around the world. So, wo geht es hier hin? Was haben wir hier vor? Welcome to Samuel Oak Airport. Warte mal. Professor Eich? Was hat Professor Eich mit dem Kaffee zu tun? Können wir ihn hier treffen? Das wäre schon ein bisschen cool, wenn wir hier Professor Eich sehen könnten. Oh. The gate is still open. What about the Pokémon battle? Why are you waiting? You are challenged by Backpacker James. Hallo, Skarfasmo. Ja, ne? Aber momentan schon warshotten wir hier echt alles weg. Well, I gotta go to the Pokémon Center now. So. Welcome to Samuel Oak Airport. Ja. Italienisch. Nature didn't give us wings. That's true. It instead gave us the gifts of intelligence, whereby we can, uh, even we, wingless creatures, can take flight. Ja, ja. So, gehen wir mal nach hier oben? Und was müssen wir doch tun können? So, this dude, uh, plastered everywhere in the famous Wall is steady, huh? In my city, all they do is talk about him lately. So, hier ist halt das Pokémon Center, aber hier können wir auch nichts machen. Da ist der Pokémarkt. Hallo? Die Macht des Verstandes. Sie wird auch im Fluge dich tragen. Warum hat der jetzt Deutsch gesprochen? Hallo? So, tell me, if there's some, uh, someone especially to, uh, you want to order. Also, is there some speciality you want to order? Um, an der eigenen Spucke verschluckt, alles klar. I make sure to serve you faster than a Machpunch. Uh, ah, das ist cool. Nee, danke. Die Frage ist jetzt echt, was, was geht hier? Hallo? You ready to, uh, for takeoff? So. Hallo Flint. Hallo Voitula. Tschüss Voitula. Sasquatch. Hehehehe. 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 Das sieht ein bisschen cool aus. Ein Sass, ein, ein, ein Schiefhorn, der Sasquatch. Das ist cool. Und tschüss, Flint. Ugh. If I catch that perp, who stole my luggage, I ruin him. Was ist hier unten? Here we are. A wide range of techni- Oh, TMs. Dun, 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 dun. Psyshark. Oh, bulk up. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Nein. Uh, Chargebeam, also Ladestrahl. Das wäre ganz gut für Harrog. Das ist, glaube ich, stärker als Spark. Big Cryptum. Ah, Chargebeam. Bum, bum, bum. Jawohl. Bum, bum, bum. Spark. Nein, Spark ist tatsächlich stärker. Nein, egal. So, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Pokémon Xenoverse, wenn wir mal herausfinden, was wir hier an diesem scheiß Flughafen sollen. Was? This oriental cruising is so bad. Do you agree with me? Yeah, from yours. Sure it is. Here's some fresh water to take the bad taste away. Oh, dankeschön. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und tschüss. Vielen Dank.